Hi, mein Name ist Verena, ich komme aus Olpe, bin 34 Jahre alt und habe mich bei Medical Fly für eine Schlauchmagen-Operation entschieden. Und ich muss sagen, bisher war es wirklich der beste Weg, ist zwar auch nicht immer einfach, aber ich fühle mich hier gut aufgehoben. Die Menschen sind nett, die Ärzte sind nett, die Angestellten sind nett. Es ist immer einer da, wenn man braucht. Ich bin auch ganz alleine, ohne Begleitperson hier runtergefahren und ich muss sagen, das war bisher die richtige Entscheidung und ich bin hier echt glücklich und fühle mich eigentlich wohl. Du hast immer einen Übersetzer dabei, du kannst Tag und Nacht den Übersetzer auch erreichen, wenn du was hast. Das ist total super, alle Herzensmenschen, alle kümmern sich gut um einen. Es ist einfach echt toll hier und ich kann es nur weiter empfehlen. Das ist jetzt der dritte Tag meiner OP und ich muss sagen, es geht mir soweit ganz gut. Nachdem ich heute die erste Nahrung zu mir genommen habe, beziehungsweise meine Schenknahrung, ging es dann auch langsam bergauf. Die ersten paar Tage sind schon ein bisschen hart, aber das überlebt man gar keine Frage. Falls ihr für euch für eine Schlauchmagenoperation entscheiden solltet, dann würde ich auch Medical Fly weiterempfehlen, definitiv.